yo leute und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute kein clash royal sondern wir sind heute in der app heroes arena wir werden uns heute die app ein wenig genauer angucken ich werde euch jetzt ein bisschen vorstellen ihr könnt kennen das video jetzt irgendwie am computer weiter schauen und schon mal einen daumen nach oben da lassen würde mich auf jeden fall freuen der link zu der app ist ganz oben in der video beschreibung könnt euch da schon mal downloaden und mir dann hier direkt folgen gebt der app auf jeden fall eine chance ist eine mega coole app ich habe jetzt schon recht lange zeit ausprobiert ich habe jetzt hier schon einige coole matches gemacht und möchte euch gleich einmal ein bisschen genauer zeigen was man hier alles cooles machen kann also erstmal würde ich sagen machen wir einmal einen ganz normalen fight ein ganz normales online battle denn momentan ist gerade eine saison ich bin jetzt gerade in bronze 1 kurz vor bronze 2 und habe auch schon einige coole helden ja wir kommen auch gleich dazu zum thema was genau das game überhaupt ist ihr seid wahrscheinlich schon alle richtig gespannt was jetzt auf euch zukommt und am ende beziehungsweise nach diesem battle das ganze dauert etwa so zehn minuten denke ich ich gebe natürlich mein bestes dass wir hier schnell durchkommen und es gibt hier auch kisten und wir werden gleich einmal die fetteste kiste bzw die fetteste kiste hier öfter mal aufmachen und wir sind jetzt auch schon mal direkt hier einem matchmaking beigetreten das jetzt hier wie gesagt die saison normalerweise kann man das ganze hier unten in gelegentlich das ist diese dieses kleine da unten rechts in der ecke unter dem inventar da kann man auch in so ein fünf versus fünf reingehen jetzt wurde aber auf jeden fall hier jemand gefunden beziehungsweise jetzt wurden unsere gegner gefunden und wir haben jetzt auch team mates und ich werde jetzt einmal nicht admiral auswählen sondern wo haben wir meinen lieblings kandidaten hier den dimensionsteufel ohne spaß sollte mit dem habe ich jetzt letzten vier matches gemacht und habe damit immer richtig hart rasiert ich werde euch gleich auch meine kleine taktik erklären das spiel denke ich mal wird euch bekannt vorkommen dort gibt es auch ein etwas größeres was momentan leider nur beziehungsweise was momentan nur für den computer verfügbar ist das werdet ihr auch gleich direkt sehen wenn wir hier ins bette reinkommen ich habe das miese gefühl dass der dass die gegner gehen die wir jetzt spielen wir auf einem ts oder sowas unterwegs sind denn die kamen alle aus einem land mein ziel ist es ihr seht oben links so eine kleine karte und ihr seht auch in zumindest der der so grün umrahmt ist meine taktik ist es immer hier außen rechts an der rechten flanke sag ich jetzt einfach mal lang zu gehen und dort habe ich meistens so die besten chancen die gegnerischen türme beziehungsweise nicht die gegnerischen türme sollen die gegnerischen wächter sag ich jetzt einfach mal abzuräumen so ich denke mal ich werde nicht so viel dazu sagen was ist hier passiert ihr seht das ganze wahrscheinlich selber hier habe ich auf jeden fall meinen helden mein dimensionsteil für den ich steuern kann hier unten rechts ihr seht wenn ich das aktiviere damit führe ich meine normale fähigkeit aus damit kann ich schießen dann gibt es ja auch noch spezial fähigkeiten jetzt habe ich gerade mein schild aktiviert gibt es ja auch noch jeweils vier fähigkeiten die man im lauf des games verstärken kann man bekommt dann immer hier so ein kleines plus drumherum angezeigt und kann dann damit die attacken verstärken jetzt haben wir gerade ein gegner fokussiert und die sollten auch darum bekommen sehr schön wir haben schon mal den ersten gegner hier sehr easy safe down bekommen ich aktiviere sie einfach mal unsere standard fähigkeiten haben uns einmal ganz kurz hoch geheilt jetzt würde ich sagen ballern wir hier einmal ganz kurz den ein wächter daumen wir haben auch hier direkt jemanden mit auf unserer flanke und zwar den x kack buhn herr grüße gehen raus an dich ich denke mal du wirst das wohl wahrscheinlich eh nicht sehen aber wir werden jetzt hier erstmal weiter maschinen setzen jetzt hier zwei mal oder zwei unsere stärkeren fähigkeiten ein und sollten eigentlich spartans da auch eigentlich bekommen genau ist jetzt da und sehr schöne sache so ich war jetzt erstmal bevor ich meine nächste fähigkeit einsetze ähm die machen wir wir nehmen jetzt erstmal hier noch mal das plus dazu für diese fähigkeit die ist auch ganz gut ich weiß leider die namen für die fähigkeiten nicht da kenne ich mich noch nicht gut genug für aus aber wir setzen jetzt erstmal alle drei sachen ein holen jetzt hier erstmal den einen wächter hier schön weg da oben rechts haben wir jetzt noch mal einige fähigkeiten die wir dazu ergänzen können setzen jetzt hier noch mal zweimal eine fähigkeit ein aber jetzt hat gerade die helden beziehungsweise jetzt hat wahrscheinlich auch gerade irgendwie der gegnerische wächter mich weggeholt aber erstmal würde ich sagen gehen wir wieder auf unserem posten das ganze kann sein dass sich das wirklich lange hinzieht aber es kann auch öfter mal sein dass man glück hat die gegner keine ahnung vom game haben vielleicht gerade neu dabei sind dass man dann hier easy die abziehen kann ich gehe jetzt wieder über die rechte seite lang habe jetzt hier wieder neue fähigkeit bzw neuen plus punkt den ich aktivieren kann werde jetzt hier auch erstmal den gegner weg holen genau schönes ding schönes ding da sollten wir sie auch bekommen genau sehr schöne sache so ich marschiere jetzt mal meinen weg hier weiter hoch für diese kleinen support truppen setze ich meine fähigkeiten meistens nicht ein ich kann jetzt einfach mal mich und mein meine verbündeten support truppen einmal hochheilen und wenn wir den da vorne geholt haben dann gehen wir auch schon mal direkt zum nächsten wächter weiter dort ist schon mal die nächste helden bzw die sollten wir jetzt auch eigentlich bekommen soll einmal unser schutzschild aktivieren und da haben wir sie auch schon sehr schön keine ahnung warum die sich immer hier alleine zu mir wagt die haben jetzt habe ich schon dreimal hintereinander besiegt also leute wir sind hier auch schon richtig nice am rasieren so noch mal eben hier ein paar erfahrungen einsammeln und dann gehen wir auch schon mal direkt weiter nein so meine support truppen schicke ich jetzt einmal vor so macht man das immer und da haben wir auch jetzt eigentlich den nächsten wächter down sehr schöne sache meine letzte fähigkeit werde ich jetzt gleich auch noch mal beim nächsten mal holen jetzt sollten wir aber eigentlich leute guckt guckt euch guckt euch den gegner an die macht einfach nichts was macht die da wir haben sie schon wieder geholt was sollen das konzentriere doch mal mädchen sonst sonst holen wir hier euren euren turm beziehungsweise nicht euren turm sondern sonst holen wir hier easy den win so zack 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 einmal nochmal hoch heilen dann aktivieren wir hier noch mal ein paar fähigkeiten zack 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 und da ist auch schon der nächste wächter down und jetzt muss ich mich einmal ganz kurz zurückziehen wir sind gerade low ich würde mich gleich gerne das ganze beenden aber es sieht auch so aus einige von meinen kollegen die sind auch schon oben rechts in der ecke an deren main tower und dort werde ich mich jetzt auch mal wieder hin bewegen und wenn wir den bekommen das ist so der letzte spawn punkt sage ich einfach mal dann okay jetzt habe ich hier zwei helden im visier da werden jetzt einmal unsere drei beziehungsweise vier fähigkeiten einsetzen aber müssen uns jetzt auch hier wieder zurückziehen denn ich habe hier leider keine support karten doch da was für support karten was habe ich eigentlich so zack 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 schönes ding schönes ding einmal kurz hier hoch heilen dann setzen wir noch mal ganz kurz ein schild ein so einmal noch mal hier erfahrung einsammeln und wir rücken vor wir rücken vor zum main so kurz warten kurz warten jetzt geht es los jetzt setze ich alle meine fähigkeiten ein zack 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 so und boom let's go let's go jetzt müssen uns einmal ganz kurz zurückziehen denn ich habe wieder keine support karten hier jetzt haben wir wieder action so zack 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 einmal hier ein bisschen wieder rumballern so boom boom und wir sind natürlich down miese sache miese sache aber leute es sieht ganz danach aus dass wir das ding hier easy nach hause holen bei uns ist noch kein einziger wächter gefallen ihr seht es jetzt hier gerade wenn ich hier auf der karte umher gehe hier sind noch all unsere wächter da und so da ist das ding leute da ist das ding wir haben keinen wächter verloren und haben hier easy den victory geholt nice sache tipp um fortzufahren und damit bin ich auch schon silva 3 durch zwei sterne verdient weiter schönes ding schönes ding 38 zu 9 leute das ist ein echt gutes ergebnis und wo ist meine statistik ok 522 ist würde ich sagen noch einmal ganz in ordnung so im endeffekt aber jetzt gehen wir erst mal zurück ok leute ich habe mir jetzt überlegt ich werde euch jetzt noch mal zwei helden vorstellen ich würde mir jetzt erst einmal ganz kurz hier alle helden kaufen die ich mir hier noch nicht gekauft habe und dann werde ich gleich noch mal von zwei helden die paar coolsten szenen zusammenschneiden los geht's ok wir spielen jetzt abaddon das ist ein krieger bzw ein auslöser und ich bin mal gespannt was der so auf dem kasten hat ja gut first blood ist da ist eine nice sache also ich bin eher so der typ der aus der ferne so ein bisschen snipet mit unserem ersten charakter kam ich da ein bisschen besser zurecht aber ich probiere noch mal mein bestes ok ich bin echt kein nahe kämpfer jungs ne ne oh gott easy win würde ich sagen okay als nächstes nehmen wir diese entzückende dame mit der peitsche und der guten vorderlichen ausstattung los geht's leute eigentlich müssen wir schon mit unserer sexiness und unserem ähm gesäß was da so ja ganz gemächlich durch die gegend wackelt eigentlich müssen wir damit schon die gegner easy besiegen ich hoffe mal das ist auch in der praxis so hey bin tot hey du kannst doch die gegner mit deinen attributen ablenken mach doch das mal komm schon das ding ist unsere zu entzückende dame die wir hier gerade spielen die überlebt nicht mal zwei schüsse im gegensatz zu meinem ersten charakter der so gefühlt 30 jahre überlebt hat passt auf ich muss nur diese attacke einsetzen boom bin tot instant na wer mit einem 0,1 hp überlebt ja genauso mann okay mit der auch entzückenden dame hat der letzte fighter zwar nicht geklappt war jetzt leider ein wenig runter gerankt aber ich würde sagen es geht trotzdem weiter dann würde ich sagen öffnen wir jetzt einfach mal eine legendäre tour die kostet 980 gems oder 980 juwelen ich weiß gar nicht so genau was da rauskommen kann das wird mir jetzt hier noch mal angezeigt das ist gold bronze und fähigkeit also ich kann hier keinen hellen rausziehen demnächst sind ja auch skins verfügbar erstmal bekommen wir hier 200 ep dann ein wenig eid das ist so ja was wie soll man das sagen das werde ich euch nochmal ganz kurz zeigen aber wir haben jetzt hier auf jeden fall stufe 5 erreicht und eine sache leute die habe ich noch für euch vorbereitet und habe ich jetzt hier beziehungsweise ich erstelle jetzt hier eine gilde kommt vorbei um kämpfe mit mir zu bestreiten und holt euch einen fetten gewinn denn leute für die die wirklich bock haben dieses game zu spielen haben wir noch mal eine coole sache vorbereitet ihr könnt nämlich hier in meine gilde reinkommen und die leute die hier mit mir dabei sind wir werden dann auch beziehungsweise ich werde dann auch mit den leuten die energie sind ein paar kämpfe machen das heißt wir können zusammen hier das ganze rocken und hier ordentlich action machen die gegner ordentlich trollen ja eher nicht schon sondern eher richtig abziehen die schön besiegen und ihr habt dann auch die möglichkeit wenn ich hier in meine gilde kommt eine von 4 25 euro itunes beziehungsweise google play karten zu gewinnen insgesamt 100 euro an gewinn sag ich einfach mal stehen dann für euch verfügt zur verfügung je nachdem was ihr haben wollt habt ihr dann die möglichkeit entweder itunes oder google play im wert von 25 euro zu bekommen das einzige leute was ihr machen müsst hier in meine gilde kommen und einen kommentar schreiben mit welchem device oder welches device ihr habt und wie euer name hier ist und schon habt die möglichkeit hier mit mir zu zocken und gleichzeitig habt ihr dann die möglichkeit hier euren gewinn abzustauben von der letzten app vorstellung die werde ich dann in den nächsten tagen auflösen nächsten cr video und wir erstellen jetzt erstmal hier unsere gilde ich bin hier der kapitän und ihr könnt jetzt wie gesagt hier gerne einmal vorbeikommen würde mich auf jeden fall freuen sind bis jetzt noch nicht so viele leute hier drin ja wenn diese gilde voll ist dann macht einfach eine zweite gilde die nennt ihr dann cg gilde 2 also einfach eine 2 hinter das gilde schreiben ohne leerzeichen und wie gesagt wenn meine gilde voll ist dann könnt ihr gerne in die nächste gilde join und habt dann dort die möglichkeit auch am gewinnspiel teilzunehmen und ja leute ich hoffe einfach mal euch hat das video gefallen ich hoffe ihr konntet einen coolen eindruck bekommen ich habe euch jetzt nur ein paar features vorgestellt die anderen sachen könnt ihr dann gerne erkunden wenn ihr euch die app selber download und euch die mal ein bisschen anguckt würde mich wie gesagt freuen wenn ich euch hier im nächsten battle gegenüber stehe oder wenn wir zusammen an einer seite kämpfen euch noch einen schönen tag leute lasst eine fette bewertung da wenn euch das game gefällt und dann bis zum nächsten mal haut rein und ciao ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bị